Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den Akkuhandstaubsaugertest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Akkuhandstaubsaugertest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Einhell-Pover. Wenn es um Saugkraft von Einhell-Handstaubsauger betrifft, ist genau dort oben. Ob auf der Matte, dem kurzen Stapelteppich oder auf dem dicken Schafell. Das kleine Akku-Vakuum grast fast vollständig aus dem Staub. Wenn Sie die große Kombidüse nutzen, zieht die Einhell alles weg. Darüber hinaus erweitert die Düse den Arbeitsbereich des Gart-Gehs erheblich. Mit seiner grandiosen Saugkraft ist der Einhell in der Serie des AEG-Testsiegers. Kurz bevor der Akku ausgeht, geht die Leistung leicht zurück. Das kostet den Hover einige Faktoren bei der Kontrastprüfung. Der batteriebetriebene Staubsauger ist sehr raffiniert und speziell robust. Umzug auf Nummer 4, haben wir die AEG Ecoli 23. In der gute Wahl.de Prüfung trat die AEG in Top-Typ auf. Seine Saugkraft geht über. Das Vakuum schneidet eine große Anzahl auf allen Oberflächen. Auch wenn es auf die Matte, den Kurzstapelteppich oder das Haar geht, kommt der AEG fast vollständig über den Schmutz auf der Anfangsmenge von zwei Saugstufen. Sobald Sie einen Gang in die Turbo-Einstellung schalten, beendet der Staubsaugerkrümel und so weiter. Bei Staubfragmenten, die tief im Stapel sind, dauert der Staubsauger danach etwas länger, schnappt sich aber schließlich was auch immer. Die Batterielebensdauer des AEG-Vakuums ist auch mit 27 Minuten einer der besten Werte im Test. Nur drei Rivalen halten ein paar Minuten länger. Auch wenn Sie die Turbo-Einstellung verwenden, dauert die Leistung für den gesamten Bereich von 27 Minuten. Sie können die Energiezellen aller Werkzeuge im Bosch U-Series Haushalt nutzen, zum Beispiel die des Akkuschraubers sowie des Schleifers. Der Akkustaubsauger von Bosch liegt leicht in der Hand. Die sehr gute Saugleistung hat uns im Test überrascht. Umzug auf Nummer zwei, haben wir die Seewellen HV 7144. Wenn es um die Saugkraft von Fehlschüssen auf Seewellen HV 7144 geht, überzeugte er, wie in der Kategorie Batterieschonende, aber auch seinen niedrigen Preis. Der Seewellen zeichnet sich sehr gut auf glatten Oberflächen aus. Er geht gut um, obwohl er Flüssigkeiten hat, eine Reinigung ist nicht erforderlich. Bei der Untersuchung schluckt er den Schmutz auf der Fußmatte und den Kurzstapelteppich problemlos. Mit tiefsitzenden Krümeln müssen wir dennoch die Borstenkombidüse verwenden. Auf dem flauschigen Fell erfüllt es jedoch nicht die Erwartungen. Er lädt keine Kieselsteine so gut auf die rauer Oberfläche wie auf den verschiedenen anderen Bodenbeläge. Immer wieder drückt er den Dreck vor sich her. Und schließlich die Nummer eins auf unserer Liste, haben wir die AEG ECO HX6. Die Saugleistung des AEG HX6 35TM übergeht. Selbst in der grundlegenden Saugeinstellung zieht sich der Akkules Handheld Hover mehr zurück als jeder seiner Konkurrenten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Blumenschmutz, Kieselsteine, Restmehl, Krümel oder ausgetrocknete herabgetrocknete Blätter handelt. Darüber hinaus saugt es ähnlich effektiv auf allen vier Bodenbeläge. Wenn der Schmutz ein wenig mehr hartnäckig wird, verschieben sie ein Gerät in den Power-Modus. Danach hört es auf. Uns gefällt, dass der Staubsauger eine kontinuierliche Saugleistung über die gesamte Batterielebensdauer bei beiden Leistungsgraden liefert. Die in der Saugöffnung ist praktisch integrierte ausziehbare Spaltdiese. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergesst,